so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ein bisschen abgespackt heute hier haben wir heute die chili pepper würde ich gerade sagen war das jetzt ein spoiler so chili spinners von leslie mache ich doch mal auf die liegen schon seit locker vier monaten in meinem zimmer rum ich habe die damals bei der bikini bestellt nie angetestet angetestet grüße an pyroliebhaber wieder so machen wir mal auf oh wie geil lol das ist ja geil guckt euch das an leute voll schön also das ist wirklich richtig schön gemacht finde ich an dem hammer hier 62 gramm das ist schon ganz schön was das sind ja nur bodengürbel und crackling muss man heraus hier ich hätte jetzt gedacht die leben da liegen ja so aufgestapelt hier würde ich mal sagen testen wir mal ein paar und ich bin eigentlich guter dinge dass die schon spaß machen also bis gleich zur zündung so jetzt aber sonst sind die eigentlich ganz lustig so kann man halt auch unter jahr zünden weil das soll schon passieren ist ausgegangen noch ein haben auch gut druck ja yo kann man sich können Bis zum nächsten Mal.